Was haben wir denn hier, Saipan gegen Saipan? Die Mobius-Menschen, dann kenne ich doch. Ich weiß nicht, ob der gut oder mies war. Ich hoffe mal mies. Na dann versuche ich mal C, bevor man das eigentlich nicht mit der Kiev machen sollte, aber gut. Ja, der Rest von unserem Team hat irgendwie andere Pläne auch. Wie immer. Mir ist jetzt so viel wert, wie 10 von den anderen da. Von daher ist mir das relativ wurscht. Schauen wir mal. Also immerhin eine Tippitz ist noch bei uns. Und... Die Arpen Yoko möchte wahrscheinlich auch hier hochkommen. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Ich gehe vom Gegner fährt aber auch relativ viel runter. Da ist die Fera. Wir werden jetzt gespotted. Ich werde nördlich von dem Captar erfahren. Mal zu gucken, ob hier irgendwo der WD ist. Der Gegner ist schon kreuzer gesichtet. Ich bin gespotted. Da ist er. Ja. Wir müssen halt erst mal mit uns um. Wir sehen ihn leider gerade noch nicht. Wir haben schon mal die Magie davon überzeugt abzudrehen. Ja. Bitte auf die Miyoko schießen. Ja. Sobald die können. Da kommen die Torps. Die Torps sind ausgelaufen. Ja. Die Torps sind ausgelaufen. Komm schon. Ich push mal mit in den Cap und fahr dann hinter den Felsen. Da wollte ich jetzt hinfahren. Ja. Ist ja in Ordnung. Da ist ja ein bisschen weniger Platz weg als ich. Dann können wir da erstmal in Ruhe cappen. Schon wieder Torps? Mhm. Wieder gespotted. Von der Miyoko müssen das die Torps sein. Aber ich bin schon wieder von was gespotted. Das ist. Ich auch. Komitierend. Ja. Die. Fliska ist noch dahinter irgendwo. Okay. Aber nicht im Cap. Interessant. Schon wieder gespotted. Ähm. Egal. Ich geh jetzt. Da kommen jede Menge Torps. Da sind die von der Fawuki. Ja. Ich kann die halt schlecht jagen. Mit der Miyoko und so weiter da hinten. Direkt voraus. Direkt voraus. Direkt voraus. Direkt voraus. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Oh try. Wir werden gleich crashen. Ja. Ich muss von der Magita wegdrehen. Alles cool. Puh. Gucken ob ich hier eventuell die Miyoko überraschen kann. Da hat sich leider genau weggedreht. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Nicht das richtig, dass unsere Benson gegen eine Faragut verkackt hat? Ja. Super. Ich treffe gerade die Miyoko nicht. Ich weiß nicht warum. Husten. Kuitar, der Armer? Oder er soll überhaupt nicht treffen. Nee. Nicht treffen. Treffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Einschlag! Das Problem ist halt, die Ds auf mindestens zwei Seiten von mir. Ja, ich komm jetzt runter. Das war wie ein total unnützter Smoke von mir. Da keiner die Miyoko gespottet hat. Super. Ja, die sind auf der Insel, die kann ich nicht spotten leider. Ja, ich dachte irgendjemand könnte sie spotten, aber da hab ich für falsch gesagt. Okay, Faragood da unten. Wir haben noch keinen DD gekillt. Doch, wer haben einen DD gekillt? Die Pliska? Wo ist die denn gestorben? Habt die DD gekillt? Ne. Hinter Try und vor uns, linkseite, Faragood. Mit uns 100 pro Torben, einen von uns beiden. Und die Pupuki auch. Naja, ich kümmer mich drum. Das ist grad extrem uncool. Also ich hab HA geladen, ich brauch nur einen Spot. Okay, der dreht da natürlich um. Ist down. Sehr gut. Da wär ich aber beinahe selbst gebeacht. Der andere hat seine Schüsse irgendwo hingebullert. Ja, die werd ich mir jetzt vornehmen. Jetzt kann ich offensiver hier fahren. Ja Try, ich fahr hier weg, ne? Ja. Bin auch dabei. Ich hab ein Feuer auf der Scharnhaus. Der Gegner Scharnhaus da. Komm, zeig mal wo die für Buki ist. Da unten. Ja, der ist abgehauen. Können B einen nehmen, theoretisch. Das heißt, der ist abgehauen. Der ist nur 11 Kilometer weg. Ja. Der ist auch mal eben auf 5 an mir dran. Von daher ist der für mich abgehauen. Doch. Warum hatte ich denn ne Lenkung drin eben grad? Okay, umso schon am magischen. Überhaupt kein Bock mehr. Ja. Ja, die haben ja jetzt grad nur die Hälfte meines Lebens mitgemacht. Ja. Nein, die Fubuki hat war eigentlich keinen Spaß mit mir. Ist so bitter, wenn du auf 11 Kilometer sogar noch ne Fubuki, die manövriert triffst. Na ja. Da kommen Bomber. Mhm. Ist halt ein Körner. So, der droppt auf dich. Einfach so. Jaja, klar. Achso. Ich wunderte mich eben schon, wo der zweite Teil auf dem Strike bleibt. Und dann hab ich gesehen, das ist wieder so ein Experte mit Air Supremacy. Ja, Mann. Was hat er gemacht bei mir? Null Module. Naja. Äh, ein Modul, Entschuldigung. Feueralarm! Ich benutze mal kurz deinen Smoke mit. Wie auch das. Gegner, es ist Flachschiff gesichtet. Einzige Gefahr, die wir haben, ist, äh, wenn jetzt die Fubuki hier nochmal auftauchen sollte. Und die hier reingetaubt hat, vor allem deswegen nehme ich jetzt die Atmoschirbequetskung. Unser Sieg ist in Sicht. Unser Team hat die Führung übernommen. Echt jetzt? Ich hab die Miyoko auf 400 runtergeschossen. Ich hab die andere auf 300. Kann ich mitteilen. Ich schieß mal auf die Miyoko. Ich schieß mal auf die Miyoko. Musste passen. Was? Diese Berganzeige mich gerade einfach belogen hat. Ich hab in den Berg rumgeschossen. Ich muss ich... Was trifft mich denn da? Ach der, Magie. Das ist auf jeden Fall nochmal ein nettes Spiel, um den Abend abzuschließen, denke ich. Bei mir nicht. Jetzt bei 90k. Ich bei 40. Jetzt war das R&D auf seiner Seite. Die haben aber auch absolut überhaupt keine Ambitionen gehabt, irgendeinen Punkt einzunehmen. Ja. Könnte ich jetzt nochmal einen Kill irgendwie kriegen? Ja, ist klar. Miokov überlebt mit 0. Mit gefühlt... Der hat 400 Einstellhitte, 300 abgezogen. Überlebt mit 140, ey. Ja, ich muss mehr AP schießen, habe ich das Gefühl hier mit dem Ding. Ich vergesse das immer. Ich denke immer so auf 11km, da kann nichts passieren. Aber das rumpst da schon noch ganz gut. Und so Bliskasche haben wir ganz gut gemacht. Ach ja, aber ich erst. Hallo? Ach du. Geht mir schon erste Premise, die Seiphan auf 3 im Team, du weißt, was das Team von denen geleistet hat. Ja. Vor allem, wenn der so geile Drops, die er auf dich hatte, mit einfach 0 Schaden. Ja. Service Time. Vor allem bei einem 9er Squad, das lohnt sich richtig. Also der Einzige, die mir hier Schaden gemacht hat, war die Faragut und der Bomber. Ansonsten einmal Ram mit Try hat mich 9. Sehr gut. Schnaht, die Nummer...